Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu How to Stehrichtig, die kleine Videoreihe, wo ich besonders schlechte Beispiele nutze, um zu zeigen, wie man sich auf der Karte entsprechend besser positionieren kann. Heute ein Replay von Panzerjörg, der hier Top Tier mit seiner M4Y ist, auf Geisterstadt und er hat mich darauf hingewiesen, doch mal einen detaillierteren Blick hier auf diesen Tiger 1 zu werfen, der sich, naja, hier in diesem Busch sehr wohl fühlt und im Grunde könnte man jetzt fast noch über den AMD auch reden, aber wir bleiben mal beim Tiger. Er ist hier Mid-Tier als Tier 7 Heavy, gegen 8er und gegen 6er und ich glaube, wir sind uns generell einig, dass diese Position auch für den Mid-Tier Heavy nicht die beste Position ist oder generell eine ziemlich schlechte Position ist. Wir könnten auch hier über den Britannia Panther oder auch über den T34 sprechen. Für die drei, selbst wenn die anderen beiden Low-Tier sind, eine schlechte Position des Wahlen. Grundsätzlich natürlich der Tiger mit sehr vielen Lebenspunkten ausgestattet, die Panzerung, ja, sie ist okay, mehr vielleicht auch nicht unbedingt, aber er kann mit seiner DPM und mit seiner recht guten Kanone durchaus auch in der Stadt arbeiten. Natürlich will er vielleicht nicht im Top-Fokus stehen, aber wir gucken mal, wo er sich denn positionieren könnte. Einerseits natürlich die Stadt. Er könnte hier an diese Position fahren, kann hier mit seiner Gun Depression in die Richtung da drüben wirken. Er kann natürlich auch auf die Position vom UI fahren, hat aber dann das Problem, wenn da gegenüber jemand steht, das am Grunde abgefahren wird. Vorteil von dieser Position mit einem guten Spot und wenn der Gegner sich entscheidet, über die 9-0-Linie zu pushen, kann man hier auch, und der Tiger hat die Kanone, die dafür geeignet wäre, auch auf die Freifläche wirken. Beziehungsweise wenn die Freifläche von dem grünen Team hier gewonnen wird, kann man sich hier auch außen vorbeiarbeiten. Das wäre eine Option. Eine andere Option wäre natürlich, hier einfach mit reinzufahren. Wir sehen, der Gegner hat als Top-Tiers einen Heavy und ansonsten Hochschuldigung Mediums. Dementsprechend kämpft man hier höchstwahrscheinlich nicht unbedingt gegen so viele Top-Tiers und hat gar nicht mal so das Problem. Eine Möglichkeit wäre hier, aber das ist ein Bereich, der einfach zu offen ist, von wo man überall Schaden bekommen kann. Zumal, wenn man irgendwie hier steht oder hier steht, man auch so ein bisschen gepinnt ist im Zweifelsfall und von dem Bereich da drüben Schaden bekommt. Also nichts, was man unbedingt zu Beginn der Runde wählen sollte. Die Alternative für den Tiger, jetzt natürlich nicht mehr, jetzt ist er auch außerhalb der Zeichenreichweite, wäre den Push über die 1-2-Linie mit zu unterstützen. Jetzt natürlich nicht mehr, die Seite ist gefallen, aber er kann von relativ weit hinten den Cross spielen, da wird er nicht gespottet. Kann von dieser Position aus arbeiten oder auch halt von dieser Position aus. Wir sehen auch, es ist keine Artillerie hier in dieser Runde mit dabei. Dementsprechend muss er hier nicht Angst haben, ständig von da drüben hier die Arti-Schüsse zu bekommen. Er hat natürlich auf dieser Position das Problem, dass er hier nicht mehr wegkommt. Das ist klar. Dem ist er sich anscheinend bewusst und hat sich am Anfang direkt entschieden, dort oben zu bleiben. Wir sehen übrigens der T-34 und der Britannien Panther bewachen hier oben zusammen mit dem Tiger 1 weiterhin den Hügel. Sie sind nur jetzt beide außerhalb der Zeichenreichweite. So, und wenn man es dann so ganz übertrieben haben will, dann fährt man tatsächlich mit hier rüber und pusht mit dem Team, so wie sie es jetzt auch geschafft haben, einfach über die freie Fläche hier außen lang. Das wäre noch auch eine denkbare Variante, die in meinen Augen immer noch besser ist, als da oben diesen Camperhügel zu bewachen. Der im Grunde erst helfen kann, wenn entweder die Stadt gefallen ist oder wenn die 1-2-Linie gefallen ist, also jetzt. Ob das so unbedingt gut ist, im Verlaufe des Gefechts kann man durchaus die Position einnehmen. Ob man aber die ganze Zeit da oben rumstehen muss, von Anfang an bis zum bitteren Ende, das stelle ich mal in Frage. Zumal jetzt auch klar ist, dass da drüben nur so ein Astron Rex ist. Spätestens jetzt sollten sich mindestens zwei von den Fahrzeugen mal in Bewegung setzen, um die Zangenbewegung des Teams in irgendeiner Form zu unterstützen. Denn jetzt werden sie nämlich einfach aus der Mitte zusammengeschossen. Sei es drum. Das soll heute die Folge gewesen sein. How to stehe richtig. Habt ihr Ergänzungen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Habt ihr selbst Replays, wo ihr solche Kandidaten habt? Dann schickt sie mir gerne. Das Ziel dieser Videoreihe ist nicht, diese Leute in irgendeiner Form dumm zu machen, in irgendeiner Form zu beleidigen oder in irgendeiner Form bloßzustellen. Sondern ich möchte wirklich zeigen, wie man es besser machen könnte. Und halt auch unerfahrenen Spielern dadurch mehr Spaß am Spiel zu ermöglichen. Und sie vielleicht auch zu ermuntern, mal ein bisschen mutiger zu sein als das, was der Tiger 1 halt hier zeigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020